Was lehrt uns die Corona-Krise? Ich denke da an acht Lektionen, die uns die Corona-Krise lehrt. Erstens, sie lehrt uns unsere Vergänglichkeit. Diese globale Krise lehrt uns, wie schwach wir Menschen doch sind. Laut der Johns Hopkins Universität beträgt die weltweite Anzahl der Corona-Infizierten über 900.000 und über 47.000 Tote. Wir versuchen unser Bestes, diesen Virus einzudämmen, aber dennoch sehen wir unsere ganze Hilflosigkeit und Furcht. Psalm 103, die Verse 15 und 16 sagen uns, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Oder Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ja, wir sollen einsehen, dass unser Leben nicht selbstverständlich ist. Jeder Tag ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Darum sollten wir danken für jeden Tag. Auch für heute. Zweitens, die Corona-Krise lehrt uns die Gleichheit aller Menschen. Der Coronavirus respektiert keine ethnischen, kulturellen und nationalen Grenzen. Der Virus ist kein China-Virus mehr, er ist unser Virus. Iran, Irak, Thailand, Afghanistan, Kambodia, Südkorea, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, bis hin nach Amerika und Südamerika, ja mehr als 77 Länder sind betroffen. Wir stehen alle auf der Angriffsfläche. Keiner kann sich mehr über den anderen erheben. Keiner ist höher, niedriger, egal ob gebildet oder ungebildet, egal ob arm oder reich, egal ob auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel der Erde zu Hause. Der Virus ist eine Gefahr für uns alle. Drittens, die Corona-Krise lehrt uns unseren Kontrollverlust. Wir lieben es, alles gut unter Kontrolle zu haben. Wir Deutsche sind bekannt für unser Sicherheitsdenken. Wir schließen Versicherungen ab und wollen nicht gerne ein Risiko eingehen. Wir lieben die Komfortzone und wehe, jemand stört uns. Wir meinen, wir seien die Meister des Lebens. Ja, es stimmt. Wir haben vieles in unseren Händen. Der Kulturauftrag an die ersten Menschen, sich die Welt untertan zu machen, hat uns weit gebracht. Keiner von uns möchte mit einem Leben unserer Vorfahren tauschen. Selbst nur 50 Jahre zurück würde uns nicht mehr gefallen. Wir sind heute global vernetzt, nur mit einem Klick global verbunden. Auch der Fortschritt der Medizin trägt dazu bei, dass wir viele Krankheiten gut behandeln können oder ihren Ausbruch ganz verhindern. Dafür wollen wir dankbar sein. Und doch, wir erschrecken. War diese Kontrolle etwa nur Illusion? Wir wissen nicht wirklich, ob dieser Virus jemals vollständig beseitigt werden kann. Und was geschieht, wenn neue Viren aufkommen? 4. Die Corona-Krise lehrt uns den Schmerz, ausgeschlossen und isoliert zu sein. In Isolation zu leben ist nicht einfach. Ausgangssperren sind hart. Soziale Begrenzungen nehmen wir nur ungern in Kauf. Wir sind für die Beziehung und für die Gemeinschaft geschaffen. Ein klein wenig können wir die Leberkranke nachempfinden, wenn sie zur Zeit Jesu von der Gesellschaft abgeschnitten waren und überall ihr Auftreten mit Unrein, Unrein ankündigen mussten. 5. Die Corona-Krise lehrt uns den Unterschied zwischen Furcht und Glaube Die Furcht führt in die Panik. Überall könnte der Virus sein und uns befallen. Unter der Türklinke, auf meinem Smartphone, am Einkaufswagen, in der Luft, die ich einatme, in der nächsten Ecke oder beim Begrüßen meines Nachbarn. Er könnte überall irgendwo auf mich überspringen. Die Angst schnürt die Seele zu. Glaube dagegen ist nicht leichtfertig und oberflächlich. Aber er überwindet die Furcht. Glaube braucht ein Fundament, das auch in Lebensstürmen sicher ist. Jesus erzählt in seiner Bergpredigt die Geschichte vom klugen und törichten Mann. Der Kluge baut sein Haus auf Felsen, der törichte auf Sand. Beide erlebten Stürme des Lebens, aber der Unterschied machte ihr Fundament. Das Felsenfundament hält stand. Wir brauchen keine sandige Ideologie, Philosophie oder Religion. Jesus Christus, der Herr der Welt, sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Nur Jesus kann uns durch den Sturm hindurchführen. Er ruft uns auf, ihm unser Vertrauen zu schenken. Auf ihn dürfen wir unser Leben bauen. Fürchtet euch nicht, wie oft sagte Jesus diese Worte zu seinen Jüngern. Auch in deine Lebenssituation will er sie hineinsprechen. Er will dich retten, dir ganz nahe sein. Fürchte dich nicht. Sechstens, die Corona-Krise lehrt uns auch unsere Bedürftigkeit. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gebet. Wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen durch Christus Gott unseren Vater nennen. Lasst uns diese Zeit nutzen für intensive Gebetszeiten. Lasst uns beten für Männer, Frauen und Kinder, die infiziert sind. Für Menschen, die Ängste haben, ihre Wohnung zu verlassen. Für die Schwachen und Älteren. Für die Vorerkrankten, dass sie bewahrt bleiben. Für die Helfer, Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger. Als Christen dürfen wir aber auch beten, Herr, komme bald. Beten wir doch wieder verstärkt für die Wiederkunft unseres Herrn. Er ist vor der Tür. Siehe, ich komme bald, sagt er im Buch der Offenbarung. Siebtens, die Corona-Krise lehrt uns die Nichtigkeit in allem unserem Tun. Geben wir es zu. Wir waren zu sehr im Aktionskarussell gefangen. Es ist so leicht, die Perspektive zu verlieren. Unser Leben ist gefüllt mit Leuten, Projekten, Arbeitslisten und Urlaubsplänen. Nun haben wir die Möglichkeit, das Unwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden. Was brauche ich wirklich? Was ist notwendig? Und was ist nur purer Luxus? Als Missionar in Thailand unterrichte ich Englisch. Meine Schüler kommen aus einfachen Familien. Ich fragte einen kleinen Jungen, ob er mal die Welt bereisen möchte. Er verneinte. Ich hackte nach, möchtest du mal Amerika sehen? Er verneinte. Dann erzählte er mir seinen Wunsch. Er möchte einmal gerne das Meer sehen. Es ging mir tief ins Herz. Das Meer, das nur wenige Kilometer von Bangkok entfernt ist. Wo Touristen aus dem Westen jedes Jahr herbeiströmen. Das war sein einziger Wunsch, einmal das Meer zu sehen. Die neue Küche, das neue Auto sind nicht wesentlich für unser Leben. Vielleicht sind sie jetzt auch nicht dran. Die Corona-Krise kann uns helfen, dass wir uns mehr vom Irdischen lösen und neu erkennen, was im Licht der Ewigkeit wirklich zählt. Achtens, die Corona-Krise lehrt uns die Hoffnung. Als Christen sind wir Menschen der Hoffnung. Petrus sagt in seinem ersten Brief, im dritten Kapitel, Vers 15, Diese Krisenzeit ist eine Chance, wieder ganz neu von unserer Zukunftshoffnung zu erzählen. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Merkt man uns dieses Warten und Hoffen an? Oder haben wir es uns so gemütlich gemacht auf dieser Erde, dass wir unsere Zukunft aus den Augen verloren haben? Jesus kommt wieder. Bis dahin gilt, den Menschen das Evangelium, ja die frohe Botschaft von Jesus Christus, weiterzusagen. Der wirkliche Virus, der die Menschheit befallen hat und zerfrisst, ist nicht Corona, sondern die Sünde. Die Sünde trennt von Gott. Ohne Gott keine Hoffnung, kein Ziel, kein Lebensmut. Die Medizin, um Befreiung und Heilung vom Sündenvirus zu bekommen, ist das Blut von Jesus Christus. Die Welt sucht eifrig nach einem Impfstoff gegen Corona. Wann wird man ihn endlich finden? Aber die Medizin für den Sündenvirus wird uns längst schon angeboten. Jesus starb am Kreuz, gab sein Blut, damit wir in unserer Seele wieder gesund werden können. Du darfst mit Jesus sprechen. Er ist nur ein Gebet entfernt. Suche ihn, schreie zu ihm, bring ihm alle deine Not. Werde gesund in deinem Herzen. Wirst du zu ihm kommen? Es gibt Hoffnung, auch für dich. Ja, die Corona-Krise hat uns viel zu sagen. Amen.